wie wäre es mit einem kleinen kreislauf booster ich sage wieder herzlich willkommen ihr lieben und herzlich willkommen maug den burr schön dass sie wieder da sind und sie haben mir gesagt dass sie einen kreislauf booster haben wie klingt das denn ja der kreislauf ist ja der basis für die gesundheit kein blut nichts nichts läuft degeneration steuert man entgegen indem man bewegt wodurch die kreislauf nicht und so weiter wir wissen bewegung ist ja das a und o nicht desto trotz kriegen wir nicht immer das blut dort wo wir es gerade brauchen und dafür haben wir ein paar magnetfeld signal und lichtssignale die die kreislauf unglaublich fördern das herz wird dadurch auch entlastet es bleibt mit der gleiche menge rund pumpen das ändert sich auch nicht der blutdruck geht höchstens ein bisschen runter nicht hoch das blut wird flüssiger und die gefäße werden auch innerviert wodurch die das blut einfach rascher durch kneten und es entsteht ein potenzial gefälle wodurch das blut was ja geladen ist nicht eisen und so weiter und vieles salze darin aufgelöst wodurch das buchstäblich von die blutgefäße in nach die mikrodurchblutung in die zurückgehende gefäße schlüpfen wir haben gemessen dass beim gleich bleiben bleiben herz minutenvolumen auf einmal wenn man das signal einschaltet 25 prozent mehr blut durch die peripherie geht und dort wird es gebraucht und wir können das lenken beim offenen bein auf den beinen wenn es im kopf nicht stimmt auf dem kopf wo auch immer so können wir auch mit den sender so ein meridian der schwach ist auch mal ganz abfahren und das stimuliert die wirkung auch und das ist in ein paar minuten geschehen und damit hat man der basis für die gesundheit und auch für die abfuhr wenn man entschlacken möchte dafür ist es auch wichtig und ja dann gibt es natürlich so viele geschichten aus der praxis zum beispiel jemand hat einen unfall gehabt die viele rippen sind gebrochen die ist eingekipst weil das alles so unglaublich schmerzlich war die licht schon wochen ins krankenhaus und die heilung erfolgt nicht dann kann man mit so ein signal geht einfach durch das gibt es hindurch und auf einmal wird die frau rosa rot nicht und wird wieder lebendig sechs wochen lang ist nichts passiert auf dem röntgenbild war nichts zu sehen danach die heilung fängt an und ist in wenigen wochen ist es abgelaufen ist das erfolg da das hört sich so super aber was ist das so ein gerät ja das tut man auch hier mit ach das ist auch das gerät ja da wird nur ein entsprechendes signal das heißt auch kreislauf booster ist auch in der app drin ja nach stress zum beispiel nicht stress bewirkt ein verkrampfung der gefäße und da kommt man manchmal nicht mehr so direkt raus und dann fragt man ob sein partner einem liebevoll da ein bisschen massiert wenn man das dann noch kombiniert mit diesem verfahren dann meine güte geht die post ab das hört sich ja super ein kreislauf booster ist also auch in der app mit drin wenn man das remedy system hat und dann kann man das damit dann sofort zu hause vor ort machen ja prima dankeschön ja kurz und knackig ja ja ihr habt mitgekriegt das remedy system beinhaltet das alles einzige was man braucht dafür ist ein iphone und dann kann man die app dort installieren und dann kann man das alles nutzen für die familie auch nicht nur für mich klar auch für die anderen ja klar kann ich überall benutzen ja super und das therapeut man hat man ist mobil nicht ich ich meine das ja ja hat man immer dabei telefon hat man sowieso dabei also messen kann man unterwegs und werbung für seine praxis machen ich sehe das ist das bei ihnen kommt doch mal vorbei oder man hat das ding aber gleich dabei kann man auch mitnehmen und fertig ja da gibt man schon in die tasche rein also ich würde mitnehmen also für therapeuten kann man sagt benutzen kann auch mobil benutzen vielleicht für erste hilfe manchmal sogar ja hat man es immer dabei ja ja super dankeschön gerne ja ihr habt gehört ihr habt es gesehen mit dem remedy system geht das wenn ihr jetzt interesse bekommen habt und fragen dazu habt stellt sie einfach uns unten in den kommentaren und und drunter unter mehr ansehen seht ihr ja auch den link und da könnt ihr euch direkt darüber informieren schön dass ihr dabei wart und ja bis zum nächsten mal und dann und dann